Herzlich willkommen liebe Studierende zu diesem kurzen Input-Video zur letzten thematischen Sitzung unseres Seminars Wissenschaftskommunikation 2.0. Wir wollen uns heute mit der Wikipedia auseinandersetzen und vor allem kollaborative Wissenskommunikation in der Wikipedia in den Blick nehmen. Die Wikipedia kennen Sie alle und Sie nutzen sie alle, ich tue das auch und Sie alle wissen auch, dass die Wikipedia in der Wissenschaft unter einem zweifelhaften Ruf steht. Es ist ihnen meistens untersagt, die Wikipedia einfach unreflektiert als Quelle heranzuziehen. Sie gilt als nicht zitierfähig. Das Wissen, was dort präsentiert wird, gilt häufig als nicht ausreichend abgesichert und so weiter und so fort. Das hindert einen aber nicht daran, die Wikipedia trotzdem in der Linguistik in den Blick zu nehmen und zwar als empirischen Gegenstand. Wir wollen uns heute Wikipedia als Kommunikationsraum anschauen und ihn linguistisch analysieren vor dem Hintergrund ihrer Fragestellung unseres Seminars und als solches ist die Wikipedia eine unglaublich ertragreiche Quelle. Es ist so, dass wir Wikipedia, das haben Sie nachgelesen bei Eva Gredel in dem Aufsatz zur Vorbereitung, wir können Wikipedia als einen sozialen Raum beschreiben, in dem Wissen kollaborativ ausgehandelt wird. Ganz viele Nutzerinnen und Nutzer schreiben gemeinsam an der Wikipedia mit und diskutieren auch darüber, was eigentlich das gesicherte Wissen ist, was in der Wikipedia präsentiert werden darf und soll. Wir können deswegen eben die Wikipedia als Datenquelle heranziehen, welche vor allem die Dynamik von gesellschaftlichen Wissensbeständen transparent macht. Ich werde Ihnen nachher noch zeigen, was genau die technischen Hintergründe dafür sind, dass diese Transparenz tatsächlich so gegeben ist und inwiefern das für die Linguistik interessant sein kann. Und wir können deswegen jetzt bezogen auf das Thema unseres Seminars die Wikipedia natürlich beschreiben als einen Fall von Wissenschaftskommunikation 2.0. Wir hatten ja bisher vor allem YouTube und Podcasts angeschaut als neue Formate, aber die Wikipedia zählt eben auch dazu, welcher ein solches Fall von Wissenschaftskommunikation 2.0, welcher die traditionellen Modi des Wissenstransfers ganz grundlegend verändert. Einmal in medialer Hinsicht, zum Beispiel dadurch, dass es so was wie eine hypertextuelle Organisation der Texte gibt mit den ganzen Links und so weiter. Das hatten wir auch schon gesehen in den YouTube Videos und den Videobeschreibungen, wie davon gebraucht wird, gebraucht gemacht werden kann. Und wir haben es vor allem hier mit hochgradig interaktiven Texten zu tun. Ja, das gerade in den Wikipedia-Diskussionen können wir eben sehen, wie auch tatsächlich die Nutzerinnen und Nutzer in Interaktion treten, überwissenschaftliches Wissen. Auch in akteursbezogener Hinsicht transformiert die Wikipedia so einiges. Wir hatten uns ja auseinandergesetzt mit der ExpertInnen-Laien-Dichotomie und hatten Wissenschaftskommunikation als Experten-Laien-Kommunikation bestimmt. Bei der Wikipedia ist es ganz schwierig zu sagen, ob das eigentlich ExpertInnen sind oder Laien, die da schreiben. Es ist irgendwo dazwischen und vor allem gibt es ja auch noch innerhalb der NutzerInnenschaft und der AutorInnenschaft der Wikipedia auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja sowas wie Administratoren und Personen, die besondere Rechte haben, bestimmte Artikel überhaupt nur bearbeiten zu dürfen oder andere NutzerInnen sperren zu dürfen und so weiter. Also eine ganze Vielzahl an neuen Akteurskonstellationen kommt hier mit rein und prägt natürlich das, wie hier über Wissenschaft kommuniziert wird. Ich hatte Ihnen ja in einer frühen Sitzung mal diese Pyramide gezeigt und der klassische Weg des Wissenschaftstransfers ist eben so, dass das ganz zentrale eigentliche Kernwissenschaftswissen aus den Journals wird dann immer sozusagen verbreitert und immer für größere Zielgruppen zugänglich gemacht, bis hin zu sowas wie so einem YouTube-Video, was sich allgemein konsumieren lässt. Wir hatten aber gerade gesehen, dass gerade das YouTube-Video das auch, Entschuldigung, das auch wieder auf eine Art umdreht, da in den Videobeschreibungen eben auch alle möglichen Links bis hin zu den Journal-Artikeln untergebracht werden können und dass deswegen das neue Medium Internet mit seinen Verlinkungsmöglichkeiten diesen stark unidirektionalen Weg der Wissenschaftskommunikation doch auch wieder umdrehen kann. Also auch Laien haben die Möglichkeit, wieder bis zu dem Journal-Wissen vorzudringen. Und bei der Wikipedia nun ist es nochmals dynamisiert, da wir eigentlich sagen können, dass alle diese Quellen gleichermaßen verarbeitet werden. Es ist nicht nur so, dass sozusagen das Wissen von oben nach unten durchgereicht wird und man sich wieder zurückarbeiten kann, sondern es lässt sich überhaupt nicht mehr eine klare Grenze ziehen, was ist eigentlich wissenschaftsintern, was ist wissenschaftsextern, sondern das ist alles viel, viel komplexer und dynamischer in der Wikipedia. Okay, Sie kennen die Wikipedia, wenn Sie sie aufrufen, vor allem mit diesem hier. Es gibt aber bei der Wikipedia sogenannten Namensräume, also drei verschiedene Bereiche, die unabhängig, weitgehend unabhängig voneinander laufen, auch wenn sie aufeinander bezogen sind. Zusätzlich zu den Artikelseiten haben wir eben auch noch die Diskussionsseiten, wo die Autorinnen und Autoren über die Artikel diskutieren und angemeldete Nutzerinnen und Nutzer haben auch noch ihre eigenen Nutzerseiten, in denen sie sich vorstellen, indem sie sagen, worin sie ExpertInnen sind und so weiter und so fort. Wir haben bei der Wikipedia auch noch die Möglichkeit, dass wir die ganzen Versionsgeschichten einsehen können, also jede einzelne Änderung, die vorgenommen wird, bleibt als solche sichtbar und nachvollziehbar und eben in dieser Komplexität ist es an Transparenz weit über allem, was wir sonst gewohnt sind aus der Wissenschaftskommunikation, sei es interne, sei es externe Art. Also da ist die Wikipedia tatsächlich ein großes Vorbild auch für neuere wissenschaftliche Projekte. Und vor allem die Diskussionsseiten sind interessant, mit denen wollen wir uns heute beschäftigen, denn es sind Beispiele für das, was Angelika Storer interaktionsorientiertes Schreiben genannt hat. Hier geht es also um Texte, die nicht so sehr dafür gemacht sind, immer wieder und kontextunabhängig gelesen zu werden, sondern die sind sehr für den Moment geschrieben. Das sind tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer, die miteinander diskutieren, miteinander in Interaktion treten und dementsprechend schreiben sie auch. Genau, ich wollte Ihnen einmal zeigen, wie das aussieht. Das hier ist der Covid-19-Pandemie-Artikel. So wie die Wikipedia eben aussieht, Sie kennen das hier mit diesem Überinhaltsverzeichnis. Hier oben so ein paar allgemeine Informationen, dann wird es dann eben hier sehr speziell. Ich finde diesen Hinweis hier interessant, ein aktuelles Ereignis. Die Informationen können sich deshalb rasch ändern. Und wir haben eben die Möglichkeit, uns hier jetzt mal die Versionsgeschichte anzeigen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal aufgerufen haben, wo wir sehen können, dass allein in den letzten Tagen hier also mehrfach Änderungen vorgenommen wurden und wir können uns jeweils die alte Version auch wieder anzeigen lassen. Und wir haben die Möglichkeit, uns eben genau hier die Diskussion anzugucken. Hier, das dient dazu, Verbesserungen im Artikel zu besprechen. Ja, das heißt, hier sind jetzt gerade aktuelle Dinge, die im Moment gerade diskutiert werden, was man noch ändern könnte. Hier bringen dann die einzelnen Personen ihre Argumente vor. Du bringst leider keine Belege für deine Aussagen und so weiter, heißt dann hier dann Ähm nur so als Frage, wenn wir wirklich das vermeiden wollen, meiner Ansicht nach. Also Sie sehen, hier wird sehr subjektiv argumentiert, aber eben trotzdem mit dem Ziel, die Artikel selber möglichst objektiv und nachvollziehbar zu gestalten. Ja, aber sowas, ach ja, sonst verweist es auch immer auf die Laienpresse. Sie sehen also der Stil dieser Diskussion. Hier gibt es dann auch noch die Möglichkeit, sich das Archiv anzuschauen. Man kann jetzt hier schauen, was in der Vergangenheit jeweils diskutiert wurde und was bereits als abgehakt gilt, wo man sich also dann letztlich darauf geeinigt hat. Das ist das Wissen, was wir als gesichert jetzt hier guten Gewissens präsentieren können in diesem Artikel. Und hier gibt es ganz ziemlich weit unten eine ganz interessante Sache, Diskussion des Lämmers. Und da möchte ich Ihnen hier das mal zeigen. Sie wissen ja alle, das hat angefangen in China und zunächst galt das als eine chinesische Epidemie. Ja, so ist der Artikel ursprünglich bezeichnet worden. Lämmer ist ja in der Lexikografie die, sozusagen, die Bezeichnung eines Artikels, die Überschrift. Und das hieß eben ursprünglich chinesische Epidemie und ihre weltweite Ausbreitung. Und davon reden wir inzwischen längst nicht mehr, auch wenn Donald Trump das gerne anders hätte, der immer darauf bestanden hat, dass da das Wort China noch drin auftauchte. Chinese disease oder so wollte er das genannt wissen. Aber inzwischen geht man eben davon aus, auch schon in der Bezeichnung, das ist einfach eine Pandemie, Covid-19-Pandemie. Und hier wird eben allein schon über diese Artikelbezeichnung diskutiert. Das heißt, man sollte einen akzeptablen Titel erhalten. Es gibt einen offiziellen Namen, den man auch in der Wikipedia verwenden sollte, zumal er weit verbreitet ist. Und das hier finde ich interessant, einer Begriffsetablierung in Deutschland durch die Wikipedia ist entgegenzuwirken. So heißt es hier, das sei nämlich eine falsche Bezeichnung. Hier wird aber durchaus reflektiert, dass die Wikipedia selber eine ganz entscheidende normative, normsetzende Kraft hat, dass wenn was nur lang genug in der Wikipedia steht, dann ist es für viele Leute eben sozusagen ein Anlass, das auch entsprechend, sich entsprechend auszudrücken, Begriffe entsprechend zu verwenden und dementsprechend und diesen normsetzenden Status, mit dem wird hier verantwortungsvoll umgegangen. Wir sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jetzt hier einen falschen Begriff sozusagen salonfähig machen. Und deswegen soll eben unbedingt der offizielle Name verwendet werden. So kann man sich dann, das sind solche Dinge, die hier diskutiert werden. Und ich möchte Ihnen gerne als Aufgabe geben, ich schicke es Ihnen auch noch per Mail, dass Sie sich mal so ein bisschen in diese Diskussion reinlesen, einfach mal so ein paar Sachen überfliegen. Sie müssen das nicht im Detail lesen, aber überfliegen eben und mal ein paar, sich ein paar Gedanken machen in diesen kleinen Gruppen, wie und nach welchen Kriterien wird eigentlich wissenschaftliches Wissen in den Wikipedia-Diskussionen für die Vermittlung verhandelt und ausbereitet. Also was sind Kriterien dafür, dass etwas präsentiert werden darf in der Wikipedia. Da gibt es ein paar Dinge, die immer wieder erwähnt werden. Wir hatten gesehen, die offizielle Bezeichnung, aber noch ein paar andere Dinge, die hier also Gütekriterien für wissenschaftliches Wissen aus Sicht der Wikipedia-Nutzerinnen und Nutzer. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich auch ein bisschen auf die sprachlichen Besonderheiten konzentrieren, welche diese kollaborative Wissenshandlung aufweist. Also Adressierungsformen in den Diskussionen finden wir Fälle von konzeptioneller Mündlichkeit und andere Dinge. Tragen Sie alles zusammen, was Ihnen auffällt. Das wäre es schon von meiner Seite. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss.